Hallo Leute und willkommen zu meinem Video über die Top 30 Highlights von WatchOS 8. In diesem Video zeige ich euch also die 30 wichtigsten neuen Funktionen und Veränderungen, die es unter WatchOS 8 zu finden gibt. Als erstes sehen wir uns mal an, auf welchen Apple Watch Modellen WatchOS 8 installiert werden kann. Ganz einfach gesagt, wer WatchOS 7 auf seiner Apple Watch hat, der kann auch WatchOS 8 installieren. Das bedeutet, hier die offizielle Liste von Apple, alle Modelle ab der Series 3. Auf der anderen Seite benötigt man dann ein iPhone mit mindestens iOS 15, also mindestens ein iPhone 6S oder SE der ersten Generation. Zu den Top 100 Highlights von iOS 15 habe ich bereits ein Video gemacht. Wer sich dafür interessiert, findet einen Link in der Videobeschreibung und in den Kommentaren ganz oben angepinnt. Als erstes sehen wir uns hier mal die zwei neuen Watchfaces an. Da haben wir zum einen mal das Portrait Watchface und zum anderen das neue Weltuhr Watchface. Beim Portrait Watchface kann ich bei der Uhrzeit zwischen verschiedenen Stilen wählen. Komplikationen gibt es natürlich auch, aber wir sehen schon, es ist insgesamt ein eher simples Watchface. Hier kann ich meine eigenen Fotos anzeigen lassen. Und wie der Name vom Watchface schon sagt, es geht hier um diese Portraitfotos mit Tiefeneffekt. Das Watchface konfiguriere ich in der Apple Watch App auf dem iPhone. Natürlich kann ich hier auch diese ganzen Einstellungen vornehmen, aber vor allem kann ich hier die Fotos auswählen, die dann auf der Apple Watch angezeigt werden sollen. Also wähle ich hier ein Portraitfoto oder auch mehrere aus, wenn ich möchte, und kann dann hier diese Fotos nochmal zusammengefasst sehen, die ich ausgewählt habe, und dann individuell bearbeiten. Das heißt, welcher Ausschnitt soll dann angezeigt werden und wo soll die Uhrzeit platziert werden. Wie sieht das dann auf der Apple Watch aus? Da wechselt das Foto dann jedes Mal, wenn ich die Apple Watch wieder anhebe und drauf schaue. Aber wie schon gesagt, man kann auch einfach nur ein Foto auswählen, dann wird immer dieses eine angezeigt. Außerdem gibt es hier auch diesen Parallax-Effekt, also dass das Bild der Bewegung der Apple Watch so folgt, dass das Ganze so einen 3D-Effekt erzeugt. Das kennen wir auch schon vom iPhone, vom Hintergrundbild, weil sich vielleicht erinnert, wurde damals mit iOS 7 hinzugefügt. Und hier haben wir das neue Weltuhr-Watchface. Warum das so heißt, lässt sich auf den ersten Blick, denke ich, sofort erkennen. Jedenfalls kann ich auch dieses Watchface konfigurieren. Ich kann hier zwischen den verschiedenen Farben wählen, ich habe Komplikationen jeweils in den Ecken. Und beim Stil kann ich zwischen digital und analog wählen. Wir sehen also, die Namen dieser Orte sind jeweils so platziert, dass man auf einen Blick für jeden Ort die aktuelle Uhrzeit ablesen kann. Was sich hier unter Watchface 8 noch verändert hat, ist zum einen die Watchface-Auswahl. Wir sehen, das sieht ganz anders aus, als es unter Watchface 7 der Fall ist. Und zum anderen, wenn ich ein Watchface bearbeite, genau genommen, wenn ich die Farbe bearbeite, dann hat sich hier bei der Farbauswahl was verändert. Mir werden jetzt hier nicht mehr alle Farben angezeigt, sondern nur die, die ich hinzugefügt habe. Beziehungsweise die, die hier standardmäßig von Apple schon hinzugefügt wurden. Über diesen Plus-Button ganz unten kann ich noch weitere Farben selber hinzufügen. Und die Farben sind hier chronologisch geordnet. Höchstwahrscheinlich nach dem, wann Apple Watch-Armbänder in den jeweiligen Farben mit der Zeit erschienen sind. Eine meiner Lieblingsneuerungen hier betrifft die Texteingabe. Überall da, wo ich Text eingeben kann, zum Beispiel wenn ich eine neue Nachricht verfasse, da verschmelzen jetzt die Bereiche Emoji, Scribble und Diktat miteinander. Und ich kann nahtlos zwischen diesen drei Bereichen hin und her wechseln, während ich etwas eingebe. Also zum Beispiel habe ich jetzt hier etwas diktiert und ich kann jetzt auf Scribble wechseln. Und indem ich die Krone drehe, kann ich hier durch den Text scrollen und den Cursor irgendwo platzieren und dann zum Beispiel etwas weglöschen. Mit Scribble kann ich jetzt hier einfach mal etwas reinschreiben. Es ist auch möglich, ein Wort anzutippen und dann komplett zu entfernen. Oder ich scrolle dann und dann werden mir Alternativen angezeigt. Aber nur mal als Beispiel, ich tippe ein Wort an, lösche es weg und kann jetzt einfach zum Diktat wechseln und zwischendurch etwas reinsprechen. Und jederzeit kann ich auch die Emoji-Auswahl öffnen und ein Emoji hinzufügen. Also diese Veränderung macht die Texteingabe auf der Apple Watch wesentlich bequemer, finde ich. Unter diesem Button hier werden jetzt Funktionen zusammengefasst, die es zuvor schon gab. Neu ist aber jetzt hier die GIF-Auswahl, genauso wie wir es auch vom iPhone oder inzwischen auch vom Mac kennen. Stark überarbeitet wurde auch die Home-App. Darüber freue ich mich sehr, denn die ist jetzt wesentlich übersichtlicher. Der Intercom-Button ist etwas kompakter. Ich sehe den Status von den ganzen Geräten hier zu Hause. Das Ganze läuft dann eigentlich ähnlicher wie auf dem iPhone in der Home-App. Weiter unten sehe ich Szenen oder Geräte, die momentan für mich relevant sein könnten. Die wechseln also immer. Da wird das Ganze sozusagen intelligent angepasst. Und dann kommen diese ganzen Kategorien. Kameras, Favoriten und meine ganzen Räume. Also wir sehen, die Inhalte der Home-App werden jetzt wesentlich besser gegliedert. Das macht das Ganze für mich deutlich übersichtlicher, als es noch mit der Home-App und der WatchOS 7 der Fall war. Die drei Bereiche aus der Woist-App auf dem iPhone wurden hier in drei separate Apps gepackt. Das heißt, zum einen haben wir hier eine App für Personen suchen, sofern andere Personen eben ihren Standort mit mir teilen, kann ich das dann hier sehen. Dann haben wir hier eben Objekte suchen, also Geräte, die Apples Find-My-Funktion unterstützen oder AirTags. Hier sehe ich nicht nur den Standort, sondern kann auch einen Ton abspielen, mich hinnavigieren lassen oder habe hier auch diese neue Funktion, die es jetzt auch unter iOS 15 gibt, nämlich beim Zurücklassen benachrichtigen. Und zum anderen ist es hier auch möglich, den Modus verloren zu aktivieren. Also viele Funktionen, die wir auch von der Woist-App auf dem iPhone kennen. Vor allem bezüglich AirTags hat mir damals zum Release der AirTags so etwas auf der Apple Watch noch gefehlt. Ja und dann gibt es klarerweise auch noch eine App für Geräte suchen, also wo mir meine ganzen Geräte angezeigt werden, wo dann zum Beispiel auch AirPods angezeigt werden. Auch da sehe ich den aktuellen Standort, auch da kann ich dann all diese Dinge machen, die wir vorhin bei den AirTags gesehen haben, beziehungsweise die wir auch in der Woist-App auf dem iPhone machen können. Die Kontakte-App, wie wir sie vom iPhone kennen, gibt es jetzt auch auf der Apple Watch in einer natürlich an die Apple Watch angepassten Form, aber ich habe hier Zugriff auf all meine Kontakte und kann dann natürlich auch die ganzen Kontaktinformationen sehen. Und es ist hier sogar möglich, direkt einen neuen Kontakt hinzuzufügen. Die Fotos-App hat unter WatchOS 8 auch einige Anpassungen erhalten. Zum einen sehe ich jetzt hier auch Rückblicke, das gab es zuvor noch nicht, ich habe dann auch die anderen Bereiche wie empfohlene Fotos oder meine Favoriten. Und wenn ich jetzt in die Rückblicke hineingehe, dann bekomme ich hier so eine schöne Mosaik-Darstellung, wie das genannt wird, also so eine Art Raster-Darstellung, wo ich einen schönen Überblick erhalte. Natürlich kann ich ein Foto auch antippen und dann auch so hin und her wischen, um mir die Fotos anzusehen. Während ich auf der Apple Watch die Fotos-App aber so ehrlich gesagt noch nie benutzt habe, um mir zum Beispiel Fotos anzusehen, finde ich es aber jetzt sehr praktisch, dass es sogar direkt über die Apple Watch möglich ist, dann hier ein Foto zu teilen, über diesen Teilen-Button eben. Jetzt kommen wir aber mal zu wahrscheinlich beeindruckendsten Augen von WatchOS 8. In den Einstellungen unter Bedienungshilfen gibt es für Assistive Touch die Handgesten-Steuerung. Aktiviert man das, gibt es am Anfang auch ein Tutorial, damit man mal weiß, wie das funktioniert. Aber im Prinzip könnt ihr euch das so vorstellen. Es gibt zwei Gesten. Hand zur Faust zusammenballen und das Ganze kann ich auch zweimal hintereinander machen oder diese zwei Finger so zusammenführen und auch das kann ich zweimal hintereinander machen. Somit habe ich dann insgesamt vier Gesten. Und so funktioniert das dann. Um das zu aktivieren, muss ich die Faust so zweimal zusammenballen und tippe ich jetzt immer so mit den Fingern zusammen, springe ich ein Element nach vorne, mache ich das zweimal hintereinander, springe ich wieder ein Element zurück und balle ich die Faust einmal zusammen, dann tippe ich sozusagen drauf. Jetzt gehe ich hier zum Zurück-Button, bestätige das, wie komme ich aber jetzt zum Watchface zurück, balle ich die Faust zweimal hintereinander zusammen, dann wird mir jetzt hier angezeigt Digital Crown drücken. Das bestätige ich einmal und schon komme ich wieder zum Watchface zurück. Ich kann also hier so ein Menü öffnen, da habe ich dann zum Beispiel auch System, nach links scrollen, nach rechts scrollen, nach oben oder nach unten scrollen, Zifferblatt anpassen, Interaktion, Autoscroll oder Ruhezustand des Bildschirms aktivieren. Ein anderes Beispiel sehen wir uns auch noch an, wie komme ich zum Homescreen, das kann man sich schon denken, dazu muss ich sozusagen die Krone drücken, das mache ich jetzt hier einmal und bestätige das und kann dann hier auch so zwischen den Apps hin und her springen. Ich möchte jetzt hier die Stoppuhr öffnen, da gehe ich jetzt wieder einmal so zwei Schritte zurück, bestätige das wieder mit der Faust, bestätige nochmal Start und kann dann jetzt zum Beispiel wieder stoppen, mit dem Doppeltab nach links gehen, das Ganze löschen, das Menü öffnen, wieder die Krone drücken, wieder ein Doppeltab, um die Uhr auszuwählen und das Ganze dann nochmal bestätigen. Und ich muss schon sagen, ich bin nicht nur von dieser Funktion beeindruckt, sondern auch von der Tatsache, wie gut das funktioniert. Werfen wir als nächstes einen Blick in die Timer-App, da gibt es ein paar optische Anpassungen, aber vor allem ist es jetzt hier möglich, mehrere Timer gleichzeitig zu erstellen. Ihr seht also, ich starte da jetzt mal drei Timer zum Beispiel, die laufen jetzt gleichzeitig, ich kann da auch einfach auf der Seite über diesen Button das Ganze pausieren, kann von rechts nach links wischen, um den Timer direkt zu löschen oder natürlich auch drauf tippen, um den Timer zu öffnen. Unter WatchOS 8 gibt es jetzt auch zwei neue Trainings, nämlich Pilates und Tai Chi. Ganz so neu sind diese Trainings aber nicht, da haben mich auch einige gefragt, das gab es ja schon vorher, was ist jetzt das Neue daran? Das Neue ist, dass Apple für diese beiden Trainings einen speziellen Algorithmus entwickelt hat und diese Trainings sozusagen vollwertig unterstützt werden und da jetzt wirklich wesentlich genauere Messdaten gesammelt werden, als es früher der Fall war. Viele von euch kennen sicher auch diese automatische Trainingserkennung, wo eben automatisch erkannt werden kann, ob ich schon mit einem bestimmten Training begonnen habe. Mit WatchOS 8 unterstützt jetzt auch Outdoor Cycling diese Funktion, also es kann automatisch erkannt werden, ob ich mit dem Radfahren draußen begonnen habe. Außerdem wurde die Sturzerkennung auf Workouts erweitert, eine Funktion, die aber noch kommen soll und in der finalen Freigabe von WatchOS 8 hier noch nicht enthalten ist. Als Beispiel nennt Apple hier zum Beispiel, wenn man von einem Fahrrad stürzt oder mit einem Fahrrad stürzt, dann kann das die Sturzerkennung auch erkennen. In der Musik-App ist es jetzt auch möglich, etwas zu teilen. Das kann jetzt ein Album sein, wie hier zum Beispiel, das kann auch eine Playlist sein oder wenn gerade ein Lied abgespielt wird, über diesen Button hier unten kann ich dann den Titel teilen. Ähnlich wie beim Teilen von Fotos, was ich euch vorhin gezeigt habe, werden mir da zuletzt benutzte Kontakte vorgeschlagen oder ich kann einfach Nachrichten oder Mail auswählen. Hier kann ich dann noch andere Kontakte hinzufügen, kann noch einen Text dazuschreiben oder das dann einfach direkt senden. Und da werfen wir gleich mal einen Blick in die Nachrichten-App und sehen, wie das dann hier eben versendet wurde. Im Kontrollzentrum gibt es jetzt einen neuen Button bzw. eine neue Funktion. Über Bearbeiten kann ich diesen Button mit dem Ohr darauf hinzufügen und wenn ich gerade Musik höre mit Kopfhörern, zum Beispiel jetzt mit AirPods, dann wird mir der Kopfhörerpegel in Dezibel angezeigt und mir wird dann genau angegeben, ab welcher Lautstärke das dann hier als zu laut angesehen wird. Die Atmen-App wurde umbenannt, nämlich in Achtsamkeit. Atmen gibt es aber hier nach wie vor noch, funktioniert auch so wie man es gewohnt ist, nur gibt es jetzt hier eine neue Animation, also das Ganze wurde optisch überarbeitet und sieht dann genau genommen so aus. Neu hinzugekommen ist aber jetzt hier Reflektieren. Bei Reflektieren wird mir jedes Mal, wenn ich das starte, ein anderer Text angezeigt, also ein Gedanke, der mir da mitgegeben wird. Hier nur mal so ein paar Beispiele, was einem da angezeigt werden könnte. Also das Ganze hat so einen meditativen Charakter, könnte man sagen. Und tippt man auf Beginnen, wird einem dann so ein animierter Hintergrund angezeigt. Der Schlafmodus hat eine neue Funktion hinzubekommen, und zwar kann während des Schlafes meine Schlafatmung überwacht und erkannt werden. Also die Atemzüge pro Minute, mit anderen Worten die Atemfrequenz. Die gesammelten Daten findet man dann in der Health-App auf dem iPhone. Die Wetter-App unterstützt hier eine Funktion, die es jetzt neu bei iOS 15 gibt, nämlich Wetterbenachrichtigungen. Das Ganze richte ich auf dem iPhone ein, ist nur für Orte verfügbar, die das auch unterstützen, aber so würde das dann aussehen. Ich würde dann eben solche Wetterbenachrichtigungen bekommen. Vielleicht ist es euch vorhin schon aufgefallen, das Kontrollzentrum wurde optisch überarbeitet. Sieht jetzt ein bisschen anders aus. Oben sieht diese Statusleiste anders aus, die kann ich auch antippen, um dann mehr Informationen darüber zu erhalten. Und ebenso hier neu hinzugekommen ist Fokus. Alle erstellten Fokus-Kategorien mit der genauen Konfiguration werden vom iPhone dann auch mit der Apple Watch synchronisiert und lassen sich dann auch hier direkt einstellen bzw. aktivieren. Außerdem finden sich unter WatchOS 8 auch hier und da kleine optische Anpassungen. Zum Beispiel, dass in den Apps jetzt so groß geschrieben oben der Bereich steht, in dem ich gerade drin bin, oder die App. Und dann auch die Art und Weise, wie sich das anpasst. Wenn ich scrolle, da gibt es eben so feine Anpassungen. Das Always-On-Display oder sagen wir eher dieser Always-On-Zustand unterstützt laut Apple jetzt mehr Apps von WatchOS und genauso auch Drittanbieter-Apps. Wieder eine Neuerung von iOS 15, die wir dann auch hier haben, nämlich unterstützt die Wallet-App jetzt auch digitale Schlüssel. Zum Beispiel für das Zuhause, das Auto, Hotels oder das Büro. Und wir sind beim letzten Punkt angekommen. Es gibt jetzt die Tips-App auf der Apple Watch. Zum Beispiel werden da auch neue Funktionen vorgestellt, die mit zu einem neuen WatchOS-Update hinzugekommen sind. Wir sehen da ein paar der Dinge, die ich euch auch gerade gezeigt habe. Ansonsten gibt es aber auch nützliche Tipps für all diejenigen, die ganz neu bei der Apple Watch dabei sind. Die mal so grundlegende Dinge über die Apple Watch erfahren wollen. Gerade da würde sich so ein Blick in die Tips-App lohnen, finde ich. Ja, damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Das sind die Top 30 Highlights von WatchOS 8. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.